Ich begrüße den Namen von meinem Team. Das ist unser Claude. Mit unserer schönsten Bedienung könnt ihr euch vorstellen wie die anderen aussehen. Das letzte Mal waren bei meinen 30 Schmalten. Wir waren 3000 Jahre alt. Ich bin wieder der Älteste hier. Eigentlich stehe ich hier und der, der die Arbeit macht, der heute mit dem Teller weg ist. Kann das auch in der EK sein, der sieht danach, ausgesucht. Wer ist Sajimi? Ist da was hartes? Ihr könnt schon viel eintrinken, wie sie wollen. Ich muss ja so billig im Einkauf. Das hat mir auch schon völlig gedrungen. Das hat mir den Start immer so 20 Stück. Ich denke, wir werden viel Ärger miteinander haben. Alles Gute von der Lisi! Alles Gute!